Okay. Was? Oh, nö. Was für'n Scheiß? Okay, ich weiß wie. Na, na klar weiß ich schon. Ja, es war ein bisschen zu blöd. Ich hätte so springen müssen. Ey, fies. Das ist voll fies. Ja, die wollte mal nicht springen. Okay, dann halt nicht. Aber ich muss ja doch hoch. Da kommen wir schon irgendwo... irgendwie hin. Wir müssen einfach nur hier hochlaufen und dann kommen wir da schon hin. Was? Ne. Okay. Ich muss nämlich von der Seite hier... genau. Und dann Rückwärtsseite machen. So. Dummer Sprung, aber geschafft. Aha. Was? Was? Muss man eigentlich... Ey, Kamera, ist das dein Ernst? Das finde ich irgendwo... das finde ich irgendwo... ja, mal ein bisschen Mist. Hä? Mann, ey. Das ist ne Kackstelle. Komm wirklich. Ja. Hat nicht geklappt. So ein Scheiß, ey. Mann. So. Was? Was? Ich beende das Ganze. Mit einem Schuss. Das ist ne dumme Kackstelle, die ich nicht mag. Ne. So. Und eben laufe ich da so lange und dann... fühlt mich die Kameraführung irgendwo hin, wo ich gar nicht hinzeigen wollte. Ja, schon wieder. Das ist doch dumm. Was soll sowas? Ey. Da könnte mich ja... Da könnte mich ein Spieler irgendwo echt ziemlich foppen. Auf eine Art. Ah, ich brauche die blaue Karte. Oh Gott, ja. Okay. Kein Problem. Aber wie soll ich das denn bitte überstehen, wenn ich da eh runterplumpse? Komisch. Hm, überstehe ich das? Scheiße. Ja, ich bin doch sowieso tot. Oder ich muss einfach da reinspringen. Ja, da liegt nämlich die blaue Karte. Müssen wir uns probieren. Das geht. Hä? Wie komme ich denn da rein? Wie komme ich denn da rein? Wie soll ich denn da rein, bitte? Hä? Okay, dann... Das würde ich so eine Angelegenheit, womit ich als Spieler nicht rechnen kann. Da muss ich schon echt springen. Nee, reicht nicht. Nicht ganz. Dann müssen wir mal... bisschen... so... in etwa. So, jetzt krieg ich die blaue Karte. Aha. So, und jetzt müssen wir wieder hoch. Ätzend wegen einer Karte... ...so einen Umweg zu gehen zu müssen, das ist doch... ...das ist wirklich irgendwie komisch. Nicht gerade dumm oder so, sondern einfach nur komisch halt. Aber wir finden schon einen Weg und einen Wissungsansatz in dem Spiel, so oder so. schon急 Ich habe nicht weiterrefouttet. Auf diese hinsend sind volunteer, die, wä Mal imaretzler übernommen werden. Stattd, ihr müsst so in logischer Masker zu machen. Du USs jetzt mieux sein, bis Publum zu verbruchen. Ich habe alleию auch uns gemerkt. Und weil... 某isten... Neue, dass es Drink場 imobilien maken Kaz väffert Ich frage mich nur, was noch so kommt. Boah, nee, was mach ich denn? Mann! Jo, und tschüss. Das ist doch dumm. Das ist doch dumm einfach. Aaaaah, nein, ey. So, jetzt setzen wir die blaue Kante ein. Ey, Kamera, weißt du, wie ich dich hasse? Absolut. Das ist mein Tod-Verhältnummer 1. Ja, warum? So, blaue Karte, und jetzt kommen wir durch. Äh, ich bin depressed. Kranker Scheib. Was für ein kranker Scheiß gerade. So, ich geh erstmal hier hin. Okay. Hunde werden schon weg. Hunde werden schon weg. Okay. Was? Alles klar! So, du Drecksflammenwerfer! Echt'n Flammenwerfer! Lass mal hier aufmachen, dass wir hier rein können! 4-Lucky-Closures! 4-Lucky-Closures! Ach! Okay! Ja, ja, müssen wir noch einen Schalter finden! Kein Problem! Da war doch noch so eine Tür! Hier! 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 Ja! Ah... Ich? Das war ihm gesagt... Schade! Okay, ähm, wie machen wir das? Das ist Schalter, 100% Ja... Ich hab das noch nicht mehr... Ah... Okay... Da muss ich also hin... Was? Ja, hier... Ja, hier... Ja, hier... Ja, hier... Ja, hier... Ein Grundschalter? Das öffnet mir also das... Nee... Nee... Schnell weg hier... ich bin durch... Nee... Nee... Schnell weg hier, ich bin durch... Na... Nein... Ja... Schwimm echt einfach ein bisschen schneller. Sonne ist raus, Herr. Ich würde es nicht sehen. Ist das ein Ernst? Ach, Mann. Ich würde es nicht sehen. 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 Was ist denn? Ey, was ist das? Für ein Scheiß. Okay, ich mache mal ein Scheiß.